Hallo, wir machen weiter bei Sonic Adventure 1 DX. Wir sind im Nuggles Abschnitt angekommen. Und uns wurde das letzte Mal wieder von Eggman alles geklaut. Das kennt man ja schon. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit Nuggles hier vielleicht was machen können. Das Ding ist schon eingedrückt. Okay, interessant. Mir scheint nicht, dass das hier irgendwas ausgelöst hat jetzt. Da komm ich mit Nuggles vielleicht dahinter. Nuggles komm ich da halt auch nicht hin. Was zum Geier? Für wen war das denn dann relevant hier? Das haben wir doch bald alle durch. Hm. Ich komm nicht drauf. Wir werden sehen. Jedenfalls ist auch hier der Dschungel wieder offen. Das heißt, da können wir jetzt hinfahren. Da ist direkt die erste. Wo die hingehört, wissen wir bereits. Und Tür zur Vergangenheit. Das ist ja schon mal ein interessanter Hinweis. Huch. Huch, wo bin ich denn hier? Moment. Ich leg dich mal gerade hier ab. Das ist ja interessant. Das kannte ich noch gar nicht. Das scheint aber auch nicht wirklich wichtig zu sein, oder? Hier ist ja sonst nichts. Doch, hier ist natürlich die andere Statue. Dann muss ich das doch gekannt haben. Hups. Jetzt habe ich beide. Das ist natürlich nicht so cool. Dann bleibt die erst mal hier und ich hoffe, wir finden das wieder. Ja, das finde ich locker wieder. Das ist nicht so schwer. Und dann wieder zurück. Noch weiß ich, wo es ist. Das ist mir aber bei Dings, äh, bei den anderen gar nicht aufgefallen, dass da hier so ein Eingang noch ist. Interessant, dass mir das beim Nachhinein auffällt, wo ich es auch brauche. Achso, taucht das jetzt wieder auf? Ah, okay. Na gut, meinetwegen. So, und was sich damit öffnet, kann man sich ja schon denken. Oh. In der Tat hätte ich das jetzt nicht gedacht. Ups, ich dachte, der Schlangenmund vorne öffnet sich wieder. Ja, okay, meinetwegen. Ist diesmal hier oben wenigstens was. Ah, das gibt's doch nicht. Ähm. Da hinten ist die Leiter. Wo war denn die Höhle? Wo war denn die Höhle, in der wir... ...die wir vorhin verfolgt haben, zusammen mit Tails... ...zusammen mit Tails? Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass hier noch was ist für Narils, aber... Das kann doch sein, dass ich mich täusche. Also sorry, wenn ich kurz ein bisschen unnötig hier rumlaufe. Hier war die Höhle. Da oben kommen wir nicht hin, ne? Zu dem Schalter, den wir mit Tails nur auslösen können. Ne, da kommen wir tatsächlich nicht hin. Okay, das ist dann wirklich nur für Tails. Huch. Ich weiß halt auch gar nicht, ob es überhaupt noch ein Upgrade gibt mit Narils. Dann möchte ich zumindest eine Sache noch ablaufen. Ne, nicht hier. Ähm. Und zwar... ...dieses eine Haus, was es da noch gab. Da ist mit Sicherheit auch irgendwann nochmal irgendwas. Glaube ich. Wo war das denn? Irgendwo hier hinten jetzt, ne? Wir müssten zumindest jetzt hinkommen. Ja, dieses Haus. Kann ich da irgendwie... Graben geht hier nicht. Ne, dann kann ich hier nichts machen. Oder kann ich am Baum hoch? Am Baum kann ich sogar hoch. Ah. Ich wusste doch, dass da irgendwas ist. Okay. Sehr schön. Dann bin ich relativ zufrieden für den Abschnitt. Und ich denke mal... ...das war dann auch alles wesentlich, was man hier finden kann. Hundertprozentig sicher bin ich mir gerade nicht. Auch hier bewegt sich wieder dieses Ding. Aber auch da... ...können wir nichts machen. Die andere bewegt sich nicht. Der Steinbund ist nicht offen. Aber hinten... ...ist ja was aufgegangen. Ja, das Tor zur Vergangenheit. Mal schauen, wo wir landen. Es ist der Raum mit den lustig bewegenden Platten. Hurra. Und erst einmal wird direkt angezeigt. Allerdings... Okay, hier wird's hotter. Und jetzt nicht mehr. Wo war das denn hier? War's hotter, oder? Ah, da war's richtig hot. Ja, da war's. Gib mir einen hier entlang. Das ging weit nach oben. Also... ...geht's nach oben. Wer hätte das gedacht? Da hört's wieder auf. Wir bleiben hier drüben. Hm-hm. Ah. Ja, easy. Einer fehlt noch. Der blinkt hier auch schon. Er blinkt hier auch schon. Also wieder hoch. Ah. Sicherheit hier drin. Und garantiert nicht hier unten. Scheiße. Ach, verdammt. Ich dachte, ich muss da runter. Kann ich da wieder hochklettern, oder muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal gehen? Ah. Na gut. Was heißt den ganzen Weg? Ich muss halt hochklettern wieder. Ob ich drinnen hochkletterte oder draußen, ist eigentlich sogar egal. Ja. Interessante Perspektive. Wat? Ahh! Ah! Ich habe es getrunken! Das ist das, was ich. Das... was ist denn... was ist denn so? Huch, kann ich bitte nochmal zurück? Danke. Ich wusste gerade nicht, dass man da ist, wieder dass man dahin kann. Huch, dann sollten wir erstmal hier entlang gehen. Upsi. 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 Nein, was? Verdammt. Upsi. 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 Lass uns gehen. Ich komme jetzt hier halt nicht nochmal in die Vergangenheit einfach zurück, oder? Schande, 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 Schande. Ich dachte, wenn ich da hinkann, dann muss ich da sowieso noch hinlaufen, aber dem war nicht so. Fuck. Äh. Ah, so ein Müll. Ich kann mich da halt auch nicht... Nee, ich wüsste nicht, wie ich da nochmal hinkommen soll. Schieeeet. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Ist jetzt hier eigentlich Ice Cap offen? Nein. Nach wie vor nicht. Verdammt nochmal. Das jetzt, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Können wir da nochmal hingehen? Da komme ich aber wahrscheinlich nur... Ja, da komme ich mit Sicherheit nur in die Lost World 4 Stage rein. Aber nicht in die Vergangenheit zurück. Dann lande ich einfach wieder hier draußen. Scheiße. Das wüsste ich nicht. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ah, wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Warum ist das so gemein? Verdammt. Ich weiß es gerade echt nicht, ob ich da nochmal hinkommen soll. Mist. I'm sorry. Ah, wir müssen eh wieder zum Dschungel zurück. Das heißt, das ist jetzt der Moment, nachdem... Nein, das kann nicht sein. Das ist der Moment, bevor... Ja, das ist der Moment, bevor Eggman abstürzt mit seinem Egg Carrier. Das heißt aber, er hat zu dem Zeitpunkt bereits hier hinten seine Festung aufgebaut. Tatsache, da ist sie jetzt. Hat er das nicht erst danach gemacht? Ich bin verwirrt. Oh Mist, ich will nochmal in die... Scheiße. Das bringt bestimmt nichts, die Lost World jetzt noch zu machen. Äh. Gut, ich komme eh nicht nochmal rein. Mist. Mist. Ach, die Nummer ist durch. Scheiße. Ah, ich kann es nicht ändern. Hier ist es. Vielen Dank. Danke, Santa. Danke,arte. He, he. Ich bin gut aufgewandert. Dann, ich will den Master Emerald finden. Stücke natürlich, nicht die Chaos-Everworlds. N... Was war das, dieses船? Was anderes raus, aber egal. Swimmingpool! War ich jetzt mit Nagels irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Oh! Doch, ich kann hier rein! Wo bin ich denn jetzt hier? Okay. Ja, auch am Skydeck dürfen wir einmal Everworlds suchen. Äh, was macht das hier nochmal? Das dreht das Ding, ne? Ah ja. Wenn man diese Stücke-Leber auf dem Stücke kann, dann kann man die Stücke kontrollieren. Was bringt das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das wäre einfach mal so. Alles ist krumm und schief. Egal. Moment, aber den ersten hat es ja schon angezeigt. Der drüben. Da wird's grün. Da, unten war's grün. Da nicht mehr. Die Tore hier gehen nicht auf, oder? Be Ahnung. Wenn das Schiff sich neigt, werden sich die Türen öffnen. Ach, da fallen die Gegner. Ah! Ich verstehe. Deswegen muss ich das umswitchen. Jetzt muss ich nur wieder meinen Schalter finden erst einmal. Da ist er. Da ist er. Also, es muss sich dann nach vorne neigen, ja. So. Ist das jetzt richtig? Es neigt sich in die falsche... Ah, es neigt sich nach hinten. Oder? Ja, es neigt sich nach hinten. Ich bin so bad. 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 Und das ist... Dass du mal auf den Schiff anbauen mit einem Schiff fährst. Und das ist ein bisschen zu auf das Schiff. Bei dem, was du zugereist, den Blatt anbauen kannst ... wird das der Schiff des Knopfgeräts geändert werden. Hier ist nix. Hier ist aber auch nix. Hier ist auch nix. Vielleicht auf der anderen Seite. Ah. Dann müsst ihr ihn bitte einfach ein. Danke. So. Wo ist dein Nächster? Ach. Nehmen wir den einfach mit. Sehr gerne. Und dann muss ich wahrscheinlich nochmal neigen. Ich sehe das schon. Aua. Wollen wir bitte einfach aus der Luft fischen? Oder muss ich dafür an das Ding ran? Kann auch sein. Ich gehe auch gerne dafür an das Ding ran. Kein Problem. Ach, komm schon. Wirklich. So. Komm her. Ach echt. Hab ja noch gar nicht mitbekommen, dass der da ist. Gut. Und der Nächste ist hier unten. Dafür muss ich das Schiff nach... ...rechts neigen. Huuuuii. Aber das ärgert mich jetzt wie Sau, dass ich da in der Vergangenheit nicht weiter... Oh, das ist doch dünn. Was habe ich denn da verpasst, verdammt? Nein! Was habe ich denn da verpasst? Ich hoffe nicht viel. Scheiße. Also, es muss ich... Ja, genau so. Nach links neigen, aber den Hebel nach rechts stellen. Das meinte ich natürlich. Hier nicht. Hier auch nicht. Aber hier. Yay! Pling! 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 Ich habe mich in die ganzen Kackele genommen. Dann werden wir wieder zurück in die Welt zurückgegeben. Hm? Was ist noch... noch? Was ist jetzt überhaupt noch? Was wird uns hier erwarten? Das sehen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und Tschüss!